so freunde ich dachte mir ich mache mal wieder ein schnelles video und zwar ein part out von diesem wunderbaren 2022 city kalender habe ich 23 stück immer so zwischen 12 und 15 16 euro gekauft und dachte ich probiert es mal aus ob ob das geht ich finde ganz ganz witzig hier zum einen natürlich die minifiguren sind sechs stück müsste es eigentlich sein und das pferdchen hier dann genauso ein paar tiere schauen uns gleich an und wollte mal probieren ob ob das ob das geht weil ich bin da eigentlich für die vielen minifiguren teile ist das ganz ganz fairer preis punkt genau ich mache ein ganz schnelles video ich zeige erstmal kurz wo wir hier landen part out minifiguren werde ich die hälfte 23 geht nicht aber werde ich quasi 12 zusammengebaut lassen und 11 zerlegen ich tue es mal um zu zeigen was da rauskommt lasse ich es mal auf die ganzen minifiguren machen wir mal 23 last six months sales average und wir machen mal die neuen also die aktuellen preise und nicht die der teile die ich schon im lager habe genau ich habe leider ich habe wahnsinnig viele teile von von dem zeug hier habe ich schon können wir müssen über die highlights schauen hier die rollschuhe sind nicht uninteressant und dann 18 cent so ist natürlich witzig hier die kleinen plates da man dann auch noch weiße die sind cool weil die verkaufen sich auch gut dann das fand ich ganz spannend hier diese reifen innenteile die felgen sozusagen 53 cent und sonst ist hier nichts besonderes der apfel die mütze dann natürlich das kätzchen zwei euro ist cool dann haben wir einen kleinen hahn für 1,50 hier haben wir so einen sack und die hier sind interessanter als die bright green diese dunkelgrünen blätter weil nicht im lego store in den in den teile boxen zum mitnehmen die hellen schon hier dass der lichtschwert handgriff ist natürlich interessant dann der schale ist ganz witzig ansonsten haben jetzt hier keine spannenden farben mit dabei die lampe 30 cent dann diese goldene minifigur hier also die kleine minifigur ist cool genau so sieht es aus dann kommen hier so ein paar rote teile ist alles nicht so spannend ja das zaunteil ist natürlich cool 30 cent ist auch gefragt das weiß ich nicht hier dieser am bus der minifigur hat keine ahnung wie sich der verkauft genau dann kommen die trends clear teile beziehungsweise trans teile dann haben wir noch ein vogel aber 77 cent genau ist günstig und das pferd für drei euro das ist natürlich super so noch viel weiß nichts besonderes klavier habe ich noch aus dem harry potter advance kalender vom letzten jahr und ist auch immer noch im lager also gibt es viel die minifiguren sind extrem günstig sieht man schon aber es auch jetzt kein wunder bei 12 bis aktuell gibt 15 euro bei amazon den kalender dann haben wir hier zwei vier sechs acht und dann lassen wir es noch mal 7 euro sein dann sind wir eben bei genau 15 euro für die minifiguren ja aber glaubt mir es ist dann doch ein bisschen mehr arbeit als man denkt und zwar aus folgendem grund ihr seht schon das sind so zettel drin es sind noch mehr teile als ich gedacht habe wenn ich ehrlich bin erstens mal was wahnsinnig aufwendig ist die ganzen plastiktüten aufzureißen diese kleinen also es kostet das aussortieren kostet überhaupt nicht so viel zeit aber das plastiktüten aufreißen kostet zeit und was hauptproblem war eigentlich dass manche waren doppelt im kalender und dafür haben welche gefehlt und das ist dann jetzt so ein bisschen ärgerlich also sieht man jetzt hier zum beispiel da war dann das ist hier vier mehr das muss ich jetzt gleich noch korrigieren hier ist zum beispiel einer mehr dafür habe ich halt hier sind zum beispiel sind es dann zwei weniger da sind zwei weniger also da musste ich quasi jetzt einmal dass das korrigiert dann gleich beim hochladen minifiguren teile sind aber tatsächlich ganz witzig mit dabei so das hat mich irgendwie zeit gekostet also normalerweise würde ich das hier in zwei drei stunden ist es echt erledigt das ist eigentlich überhaupt kein thema aber das hat mich bestimmt eine stunde eine stunde extra gekostet weil ich dann noch mal in ruhe alles durchgehen musste und das immer aufschreiben musste was fehlt jetzt wo und am ende sind es dann bei 23 sets doch 7000 teile was was krasses habe ich irgendwie nicht auf dem schirm gehabt und jetzt schauen wir zu guter letzt noch kurz was jetzt rauskommen würde ich lade es jetzt dann so nicht hoch ich muss die zahlen korrigieren aber das mache ich jetzt nicht wenn ihr da während ihr dazu schaut das dauert dann wirklich dann doch zu lang und dann würden wir kommen mit den 23 sets und das hat natürlich ein ganz ganz guten part out auf 1.120 aber das muss ich natürlich kurz rechnen 23 hat hat mich erwischt 23 mal 15 wenn ich zahle sind und 300 euro also nehmen wir mal an 15 euro wie es aktuell bei amazon eben angeboten wird dann sind wir bei 300 euro 350 euro für 23 stück 345 wenn ich berechnet genau und sonst sieht man da sind wir bei einem guten dreier guter dreierfaktor genau ich lade es jetzt nicht hoch wie gesagt ist wenn das video hochkommt ist aber das zeug im store also wenn ihr da spannende teile gesehen habt dann zögert nicht und kauft sie ich freue mich in diesem sinne wünsche ich euch ein wunder schönen tag macht's gut bleibt gesund und bis bald